Die Schlacht beginnt sehr bald. Ich kümmere mich um die Eindringlinge auf Torgast. Später, in Oribos, verteidigt ihr so Val, während er das Ritual beendet. Ihr meint, er zwingt mich, ihn zu verteidigen. Wenn immer er mich beherrscht, spüre ich, wie ich mir von mir verliere. War es so, als Arthas euch wiedererweckt hat, Sylvanas? Hohl, Lea, alles was ihr einst wart, von Dunkelheit verschlungen. Ja, junger Löwe. Aber am Ende werden unsere gebrachten Opfer es wert gewesen sein. Wenn der Kreislauf von Leben und Tod gebrochen und neu erschaffen ist, dann... Bis dahin werde ich verloren sein. Und ihr ebenso. Ich hoffe, meine Freunde erinnern sich daran, wer ich war. Nicht, wozu ihr mich gemacht habt.